Wir zeigen mit diesem Projekt, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Warum haben wir uns das angetan? Bei uns kommt fast nur Gas von Putin aus dem Hahn. Komplett verarscht vom falschen Freund. Doch dieser Traum ist jetzt ausgeträumt. Wir haben uns abhängig gemacht und dieser Sack hat sich ins Fäustchen gelacht. Boykott schien wir jetzt seinen Diktatoren-Gast, dann sägen wir damit am eigenen Ast. Geld statt Moral, das musste sich rächen. Wir finanzieren seine Kriegsverbrechen. Wir haben alle gewusst, wie es richtig geht mit noch mehr Wind und Solar. Doch jetzt ist es zu spät, zu spät. Wir sind blind und naiv gewesen. Und sind's auch noch beim autokratischen Chinesen. Größter Handelspartner, Kritik ist tabu. Totale Abhängigkeit gibt's gratis dazu. Stell dir mal vor, China greift Taiwan an und wir können nicht sanktionieren, sonst bricht alles hier zusammen. Geld statt Moral, das musste sich rächen. Statt Putin müssen wir beim Scheich ins Blechen, wenn ein Land auf Gas, Benzin und Kohle steht. Hat es die Zukunft verpennt und dann ist es fast schon zu spät. Guten Tag, mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und extra 3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich. Ja, trauen Sie sich.